Montag ist Wohntag. Herzlich willkommen liebe Zuschauer zur Höffi Show. Ich bin Claudia und ich habe heute ein ganz ganz tolles Produkt für Sie und zwar die Leinenbettwäsche Portofino von der Marke Como und ich bin nicht alleine heute in meinem Wohnzimmer, sondern ich habe die Chetina da als Unterstützung. Hallo Chetina, schön, dass du da bist. Hallo Claudia, danke. Wir haben unsere Leinenbettwäsche hier schon ein bisschen ausgebreitet. Ein Kopfkissen ist neben dir. Erzähl uns doch mal ein kleines bisschen was für die Bettwäsche. Ja, wir haben ja eine tolle Leinenbettwäsche aus einem Mischgewebe. Wir haben 40 Prozent Baumwolle und 60 Prozent Leinen. Mischgewebe, weil Leinen ist sehr steif vom Material her und man möchte ja trotzdem einen Schlafkomfort haben. Dementsprechend haben wir 40 Prozent Baumwolle noch dazu getan und haben jetzt wirklich eine tolle Bettwäsche, also wenn du mal fühlen magst. Es ist super, super weich, echt ganz schön. Und wenn Sie jetzt glauben, hey, die haben die Bettwäsche nicht gebügelt, das müssen wir auch nicht tun, denn Leinen darf ganz eh dein kleines bisschen knittern und es gibt dem Leinen ja auch diesen besonderen Look richtig. Was ich auch so ein bisschen gelesen habe, weil ich Leinenbettwäsche wirklich auch ganz toll finde. Es ist ein Flachsgewebe und was du gerade gesagt hast und die tolle Eigenschaft ist, sie schwitzen nicht im Sommer und im Winter hält es warm. Warum ist das so? Ja, Leinen hat die Eigenschaft, dass es Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt. Also wenn wir in der Nacht schwitzen in der Bettwäsche, wird die Feuchtigkeit erstmal aufgenommen und dann wieder an die Umgebung abgegeben. Somit haben wir nicht dieses nasse und klatschige Gefühl, wie wir das so kennen, wenn man einfach schwitzt beim Schlafen. Man schwitzt ja sowohl im Sommer als auch im Winter zum Teil und man hat dadurch einen super Schlafkomfort, ein tolles, angenehmes, trockenes Gefühl. So liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Detail für Sie und zwar den Preis. Chetina, was kostet die Bettwäsche? Ja, in der Standardgröße, so wie wir es hier haben, kostet die Bettwäsche 49,95 in 1,35 x 2 Meter. Wir bieten diese Bettwäsche auch in zwei Übergrößen ein. Zum einen 1,55 x 2 Meter und 2 Meter x 2 Meter und die 1,55 kostet 59,95 und die größere, also die noch etwas größere Variante für die Pärchen dann in 2 Meter x 2 Meter und zwei Kopfkissen für 79,95. Da gibt es auch den Kampf nicht mehr, ne? Ich will das Kopfkissen haben, ich will das Kopfkissen haben. So hat jeder sein Kopfkissen und alles ist gut, ne? Und man darf nicht vergessen, das sind wirklich unschlagbare Preise. Also wenn man wirklich bei den Mitbewerbern guckt, ist das unschlagbar. Absolut unschlagbar und Sie, liebe Zuschauer, haben die Möglichkeit, unsere Bettwäsche Portofino jetzt eine Woche lang zu diesem Aktionspreis zu kaufen und das würde ich mir nicht entgehen lassen. Die Farben sind auch super schön. Die Chetina hat hier gerade das Rosé in Stonewashed-Optik. Dann, vielleicht kannst du mir das einmal ganz kurz rübergeben, haben wir hier auch die Möglichkeit von einem Stonewashed in Mint. Ist auch eine ganz schöne, edle Farbe. Sehr trendy momentan. Super trendy. Dann haben wir weiß und auch noch grau. Dann darf ich dir das zurückgeben und Sie, liebe Zuschauer, haben jetzt die Möglichkeit, sich die Bettwäsche noch etwas genauer anzuschauen. Musik 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 Ja, liebe Zuschauer, das ist unsere Leinenbettwäsche Portofino von der Marke Como, es ist made in Portugal und wie Cetina gerade erklärt hat, es ist ein Mischgewebe, das heißt 60% Leinen und 40% Baumwolle, es ist super geeignet für Allergiker, weil eben der Stoff oder die Oberfläche so glatt ist und sich Milben oder Staubpartikel nicht so gut absetzen können und für mich eigentlich ein ganz tolles Detail, im Sommer können sie die Bettwäsche nutzen, sie schwitzen nicht drin, denn Leinen hat den großen Vorteil, dass es Feuchtigkeit vom Körper aufnimmt, aber eben auch in die Umgebung wieder abgeben kann und im Winter hält sie trotzdem schön warm. Richtig. Prima. Auf einen Detail möchte ich Sie noch hinweisen, es gibt hier eine Knopfleiste, die natürlich auch ganz einfach zu öffnen und zu schließen ist, auch so ein schöner Stil und ja, also ich finde die Bettwäsche ganz toll. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist natürlich das Mint, weil es sich super kombinieren lässt zu einem Scandi-Look, zu einem romantischen Look, also die ist sehr gut einsetzbar, natürlich weiß geht immer. Das stimmt. Rosé ist ja ein sehr blasses Rosé, also ist auch einfach einzusetzen mit vielen unterschiedlichen Farben und ja, Grau ist sowieso ein Trendsetter seit... Und ein Klassiker auch. Ja, auf jeden Fall. Prima. Also, liebe Zuschauer, Sie haben die Möglichkeit, diese tolle Bettwäsche online bei uns zu kaufen. Sie können natürlich auch die Hotline anrufen und sich beraten lassen oder kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und lassen Sie sich beraten und dann können Sie die Bettwäsche natürlich auch gleich mit nach Hause nehmen und zu Hause beziehen und sich einfach nur wohlfühlen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Montag ist Wohntag. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.